Oh nö, jetzt mach der die Scheiße schon wieder hier. Ja komm her. Schwein gehabt. Alter Schwede ey. Das war knapp. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie gleich mal in irgendein Dorf und mich da mal mit Essen und sowas eindenken. Okay, da haben wir schon mal einen Eingang. Ein Ort der Macht. Mit dem interagieren wir gerade mal. Das war knapp, ja. Ach moin, Werner Smuffer. Einen wunderschönen. Alter, was geht hier denn ab? Wieso bewegten sich da alles? Okay. Gut, dann muss ich wieder tauchen. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Äh, okay. Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Okay. Wer bist du? Ich verließe meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mungen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem druiden Kreis in Wehlen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Warum haben sie dich getötet? Die Mungen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Das wird ja nochmal richtig interessant hier. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Okay. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein. Ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Okay. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen. Nach Art Zerwin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Wählen ist ihr reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, wir sind angegriffen worden. Irgend so ein komisches Vieh unterm Baum. Was machen wir? Ist von den Mumen getötet worden? Ich weiß es nicht. Ich glaub dem nicht so richtig. Aber dennoch. Die Kinder sind in Gefahr und man könnte ihnen helfen. Ich meine, was sagt euch denn euer Bauchgefühl? Jetzt bitte nicht spoilern. Für alle, die das wissen. Aber so im Allgemeinen mal. Für alle, die das noch nicht kennen. Glauben wir dem Baum? Lass sie frei. Ich meine, die Mumen... So wirklich gut scheinen die ja nun nicht zu sein. Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Los Leute, wir werden das mal einfach machen. Wenn du die Weißen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreien. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Okay. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens tief. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Wie bei. Rabenfeder. Ich habe die Rabenfeder. Ich finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd aus Sturm geboren. Okay. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit. Gen Westen. Okay. Und das Pferd? Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Klingt ja schon cool, ne? Ein wildes Ross. Von feuchten Wiesen. Hauptsache feucht die Wiesen. Ahaha. Nein, okay. Ich komme wieder, wenn ich alles habe. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Albi Beck. Zurück zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Alles klar. Check. Ich finde die Knochen des Geistes. Okay. Wie weit ist das? Ein Stück. Ah, da laufen wir eben hin. Interessant. Vor allen Dingen, also auch... Oh, was... Ne? Da denkst du... Da denkst du... Ach, gehst mal eben die Quests weitermachen. 10 neue Quests. Ganz woanders. So ein scheiß Wasser-Vibe schon wieder, ne? Anstrengend. Na, komm her. Fisk auf den Deckel. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Da fliegt der Kopf. Wasser beim Zahn. So, hier müssen wir die Überreste finden. Ein einsames Hügelgrab. Da. Seilsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Okay. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Sehen nicht menschlich aus. Also, ich hab ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Aber bei der Pesta hätten wir das auch falsch machen können, ne? Ähm, du, das ist auch normal, Goonie-Line. Weil, ähm... Ich muss mich hier jetzt nicht drei Jahre lang durchsterben. Ich hab Dark Souls intensiv gespielt. Und hier geht's einfach mehr um die Story als ums Kämpfen. Ne? Sondern ich hab Dark Souls so intensiv gespielt. Jetzt gerade ist mal ein bisschen Entspannung angesagt. Und außerdem geht's hier... Oh. Du hübsches, hübsches Wesen. Wunderbar. Oh, das sehen die geil aus. Genau, da kommen wir mit. Oh Gott, ist das ein schönes Tier. Aber die roten Augen, die verunsichern mich irgendwie ein bisschen... Naja, gucken wir mal, wo das Ganze so hinführt. Ich bin gespannt. Ja, ist spannend. Ja, ne? Das hab ich mir schon gedacht. Oh, okay. Los, lauf! Rein mit dir. Okay. Oh, ich weiß ja nicht, ob ich dem Viech da trauen soll, ne? Bereit, wir können anfangen. Lass mich auf Raben schwingend fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Oh, okay. Also, wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, ne? Erste Regel bei The Witcher. Vertraue niemandem. Hm. Also, das Ritual beginnt. Das Wesen im Baum überlisten und zerstören. Nein, ich werde dich doch tönen. Ah, das ist gerade so ein bisschen kritisch, ne? Weil, also, irgendwie, irgendwie möchte ich dem... Weiß ich nicht. Also, ich bin mir unschlüssig. Ich glaube nicht, dass das Wesen im Baum über, ähm, die Not der Kinder lügt. Ritual beginnt. Hahaha. Aber ich denke dennoch, dass wir da nichts Gutes heraufbeschwören. Was meint ihr denn? Also, ich lese jetzt gerade schon zweimal Ritual beginnen. Was sagt so der Rest? Wollt ihr das auch sehen? Wollt ihr das Ritual beginnen? Ich lese jetzt dreimal Ritual beginnen. Oh, ihr bringt mich in Teufels Küche. Okay, Attacke. Los. Hier sind die Rabenfäder. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Heute steht Fleisch auf der Speisekarte. So. Ich habe kein... Lorenzo hat mich für dein Follower mehr zu bekommen. Ich meine, ich habe kein liebes Gefühl dabei, Leute. Ich habe kein liebes Gefühl. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden.